so wir sind hier am frankfurter leute wir sind am pariser flughafen ich habe mich jetzt versprochen und sind in der business lounge von airfrance hier gibt es alles möglich zu essen zu trinken hier gibt es duschen relax liegen ist der absolute wahnsinn hier vorne gibt es dann ein buffet da gibt es also dann essen wenn die leute nicht davor stehen würden würde man es sehen also da gibt es hier dann wirklich tolles essen auch getränke kaffeemaschine und andere kleinigkeiten häppchen brötchen und ein bisschen